Herzlich willkommen zu Astro Bot, ein Spiel, was unfassbare Traumwertungen einheimst derzeit, was viel Spaß macht. Ich habe schon mal kurz reingeguckt und habe es für so gut befunden, dass ich jetzt Lust habe, einmal mit euch zusammen zu zocken. Ihr seht, ich kann hier schon mein Raumschiff mit meinem Controller bewegen. Davon wird es noch mehr geben. Ich habe schon mal hier, ihr seht, aber nur so die ersten Level da mal reingeguckt, um uns zu scouten. Wir machen ein ganz neues Spiel jetzt. Let's go. Und dann wollen wir mal schauen, ob das Spielerlebnis Hand in Hand mit den Wertungen geht, die es so kriegt. Da fliegt unser Raumschiff, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ist das eine Playstation 5? Oder ist richtig Party, ne? Ich weiß nicht, ob das so bei einer Verkehrskontrolle so durchgeht, wie die so Party machen im Fahrerhaus. Das finde ich richtig gemein. So, der klaut den Chip hier, oder? Ja, voll gemein. Und jetzt lässt er das Raumschiff zurück. Es explodiert und fällt auf diesen dunklen Wüstenplaneten. Auf den Kopf von Moordieb. Paul Atreides. Weshalb sich die Geschichte von Dune verändert, aber das nur am Rande. Ja, hier, die armen Astrobots hier. Guck dir das an. Zerdeppert am Monitor. Aber der kleine Wüstenfuchs hier. Guck mal hier. Oh, diese traurigen Augen, oder? Oh, das ist ja geil. Ähm, ja, warte mal. Seht ihr das? Wenn ich jetzt hier so drehe, achtet mal da oben mit drauf. Äh, äh, quasi im Sand. Das geht hier da im Sand. Das macht die Bewegung nach. Das finde ich schon mal sehr, sehr lustig. So, wir schütteln den Sand ab. So, und jetzt päppeln wir den Jungen mal auf hier, oder? Oder, ja, bringen ihn erstmal hier in die Klinik. Controller-Klinik. Klopf, klopf. Oh, da kommen weitere Einzelteile des Raumschiffs herunter. Geflogen. So, let's go. Also, wir können springen und den hier machen. Da können wir noch in der Luft so ein bisschen... ...an Höhe gewinnen. Hallo. Entschuldigung. Ich hab' ich einen mitgegeben. Das war aber ein freundlicher Klaps. Ich nehm' die Taler mit, natürlich. Und, äh, hier. Wupp. Dadada. So, den... Wir hauen die, aber das ist ein nettes Hauen. Weil das hilft denen, wieder auf die Beine zu kommen. Oder auf die Düsen. Und rein da. Juhu! Schon süß, oder? Und das spielt sich einfach auch gut. Guck mal hier, die Affengalaxis. Sternbild des Affen. So, wir können jetzt da hinfliegen. Ich weiß nicht, hier können wir da noch gar nicht rein, ne? Aber so hier. Wuiiuu! Nicht auch damit fliegen. Hier fliegen wir mit dem Controller. So. Und wir gehen in die erste Welt. In den Gorillanebel. Ja, und natürlich haut er ab, wie sie sich gehört. Und der Oberschurke hinterlässt erstmal eine Reihe unterschiedlicher Level und Welten, die man erstmal bezwingen muss. Und lässt sich erst ganz am Ende auf einen Kampf ein. So, wir landen hier auf der Flamingo-Schüssel. Und das sieht einfach schön aus, oder? So, ich kann das jetzt, äh, den Controller mit der Bewegungssteuerung so steuern. Ich kann natürlich jetzt nicht beliebig links und rechts landen, sondern ich muss hier schon auf dem vorgesehenen Plateau. So, aber man kann schon so ein bisschen so, wuiiuu. So, und da sind wir angekommen. Und jetzt haben wir einfach mal Spaß. Es sieht so schön aus. Die Welt sieht toll aus. Es macht Spaß. Hüpfi-hüpf. Schöne, präzise Steuerung. So, und wir fangen hier erstmal alle von diesen kleinen Pokémon-ähnlichen Boxen ein. Da gibt es nämlich dann kleine Belohnungen in Form von Münzen. Und die Musik ist so schön. Und dann gibt es hier diese fiesen Schergen. Die können wir entweder mit dem Strahl im Popo platt machen, oder wir hauen die. Was uns besser gefällt. Wir wollen natürlich möglichst alle Geheimnisse hier auch mitnehmen. Au. Voll gemein. Vermutlich gibt es immer wieder Situationen, wo ich was übersehe. Aber dann könnt ihr auch laut schreien. Und sagen, Nils. Du hast was übersehen. Die Musik ist auch... Das ist einfach so schön. Da muss ich mir kurz... Habe ich hier auf dem ersten Feld alles eingeheimst. Ich glaube ja, ne? Astro-Bot. Ah, das passt schon. So, jetzt gehen wir hier zu ihm. Hallo. So, jetzt hauen wir ihn einmal. Wie gesagt, das ist ein freundlicher Klaps. Und jetzt haben wir ihn gerettet. Und es tut sich hier ein weiterer Weg auf. So. Hier nehmen wir die Münzen. Und die hier sind fies. Die rasieren wir hier weg. Die Schleimis da sind auch richtig gemein. Gemeine Schleimis. Den hier wollen wir retten. Hallo. So, zwei haben wir. Oh, wupp. Und hier Johnny. Juhu. Juhu. Das macht Spaß. Oh, das ist auch sehr geil. Hier mit dem Fußball. Guck mal. Der will gegen mich. Und ich schaue ihm einfach. Zack. Da bin ich ja direkt hier gehypt, ne? Wenn man so Fußbälle treten kann. Da würde ich gerne mehr von haben. Aber ich glaube, man kann leider jetzt nicht noch großartig irgendwas mit den Bällen machen. Oh, okay. Doch, kann man. So, Münzen. Dann. Warte. Lass mich kurz gucken. Die können wir nicht mehr machen. Da oben geht's hoch. Manchmal vergisst man ja was. Lieber noch einmal nachschauen. Aber ich glaube, die haben wir alles. Dann geht's weiter. Hui. Oh, Trampolin. Juhu. So. Juhu. 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 So, die rasieren wir weg. Das haben wir hier. Oh, guck mal. Au, okay. Das war dumm. Das war völlig unnötig und dumm. So, komm her. Das machen wir nochmal. So. Däh, 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 däh. Ah, ein kleines Geheimnis hier gefunden. So, die kann man auch so hauen. Die sind nämlich nicht elektrisch geladen. Und ein Puzzlestück haben wir. Juhu. Juhu. So, der hat hier den armen Freund einfach so gefangen gehalten. Haben wir auch gerettet. So, haben wir hier alles. Da unten waren wir. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Dann. Äh. Achso, warte. Oh, oh. Guck mal, ist es nicht hier nice? Oh, es ist so ein Spaß. Die ganzen Bällchen hier. Alle runter mit euch. Runter. Es macht so Spaß hier. Runter. Jetzt komm. Ey, du auch. Nein, der ist da runter. Egal. Let's go. Juhu. Und Planschi Plansch. Auch wie der Sound jetzt so dumpf wird, ne? Weil man ja unter Wasser ist. Boing. So. Oh. Ich glaube, es war ein Secret. Oh, das ist ja nice. Könnte ich auch noch gar nicht. Oh. Oh. Und jetzt? Reißverschluss. Oh, das ist ja fantastisch. Oh, guck mal hier. Hier war ein kleiner Secret. Multiversum Rebellin. Ein Lombax aus einer anderen Dimension. Wie aufregend. Oh, cool. Was ist? Oh nein, aber die Fische. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ehrlich gesagt. Die kleinen Fischis. Naja, wir haben sie erlöst. Hier irgendwas. Hör ich doch noch. Irgendwas watschelt hier noch. Okay, also es gibt hier Geheimnisse, die wir gesehen haben. Schnecken sind Freunde. So, hier die Talerchen. Die Musik wird wieder undumpf. So, lass mich mal schauen. Oh, guck mal da. Der da. Der war versteckt. Den haben wir auch jetzt. Noch einen gerettet. Ich will die anderen, den will ich ja nicht wehtun. Hier die Wasserläufer. Das ist schon nice. Gibt es hier irgendwas mit der Ente? Ne, erstmal nicht. So, was haben wir hier oben noch? Da sind noch zwei. Die wollen sich immer verstecken. So, hab ich dich. Von wegen. Oh, guck mal hier. So ein Sprungturm. Okay. Was mache ich jetzt mit dem? Ah. Das ist nice. Oh nein. Doch, jetzt. Sehr gut. Haben wir gekriegt. Oh, da hinten ist noch ein Puzzlestück von dem Flamingo. Ey, hau mal da nicht ab. Oh, Schweineflamingo. Warte. Wo ist er hin? Oh. Ich sehe ja über mir den Schatten. Da. Oh, was ist das denn? Die kann man ja... Das ist ja nice. Guck mal. Ich hatte keine Ahnung. Und da unten ist irgendwas. Was ist da? Lol. Okay, das ist ja großartig. Hahaha. Das ist ja super. Hahaha. Hui. Oh, komm jetzt. Los, Träte. Ja. Warte mal. Ah, jetzt haben wir es. Dö, dö, dö. Oh, da oben ist noch so ein Schleimi. Eine Kiste. Oh. Ja, das war das. Mal hier. Wuhu. da kann ich mich so aufblasen so und mit r2 blase ich mich entblase ich mich aber ich kann ja dann auch jetzt quasi hier erstmal auf den rauf warte da müsste ich eigentlich jetzt oink oink da kommen erstmal minzen blase ich mich auf und da rein seht ihr noch ein geheimnis sehr sehr gut was alleine dieser kleinen insel auf diesem kleinen plateau was ist das schon für geheimnisse schlummern so was haben wir noch wir fliegen wir fliegen da kommen wir weiter was ist da unten noch ein pinguin ist der auch der sonstig wollen wir den ärgern doch entschuldigung haben wir ihn geärgert ach guck mal da war auch noch irgendwas muss man jetzt auch in alle büscher immer hauen kann auch immer was sein aber tatsächlich guck da versteckt in jedem busch kann sich was verstecken herrn sind okay dann gehen wir mal nach oben warte 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 erst mal hier runter die letzten kleinen münzchen noch holen was hier noch oh ja auch noch münzen überall 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 sind sachen ja mir das und das nämlich auch und das nimmt auch mit ja gut dann hier noch so eine dicke münze nämlich jetzt sagen worauf noch sieht mir nicht so aus und um die ecke hier geht es wahrscheinlich auch nicht hier wird gesaved nehme ich mit da ist nichts mehr dann mir mal die münze hier was wartet da unten jetzt auf guck mal da oder oben ist noch ein puzzle teil das dritte da müssen wir glaube ich komplett sein aber nein entschuldigung oder kommt noch was war das ein delfin sehr gut was haben wir jetzt alle drei teile gibt es etwas schönes die haben wir einer muss sie aber noch sein oder vielleicht gleich jetzt kommen erst mal was hier noch drin ist da ist eine dicke münze haben wir glaube ich oder haben wir die dicke münze ich glaube ja so ok 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 so darf ich mal schauen was hier noch machen wir da alles sieht so aus oder da ist auch ein delphini so also da hinten ist auf jeden fall noch was den nehmen wir noch mit und dann darauf so hier help me help me ja wir haben alle guck haha sehr gut das gibt mir ein gutes gefühl das heißt wir können wahrscheinlich reinen gewissens weiter ziehen ist hier noch irgendwas dödl 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 nope 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 dann super stark ist hier noch was im wasser und die fisch ist aber die kann man diesen freundlich fisch sind freunde was ist mit den ganzen blumen die jetzt hier neu aufgetaucht sind auch nix einfach nur meine freunde dann auf zur fahne jay was muss ich irgendwas drücken doch ich behaupte einfach mal das war eine gute ausbeute 7 von 300 haben wir schon errettet das ist ja haben wir gut gemacht kann man wahrscheinlich dann mehrfach spielen was ist jetzt hier einmal zurück ok da können wir noch was machen das ist der planet auf dem wir abgestürzt sind landen wir mal erstmal hier guck mal hier wir können das ein bisschen reparieren jetzt kommt es erstmal auf den sockel alles klar guck mal wie eifrig die hier so eine oase errichtet haben und 7 leute hey hey 7 von 300 ihr seid die ersten 7 herzlich willkommen du hast deine ersten bots gerettet überall im universum sind noch viel mehr verteilt also suche jeden planeten ab um alle zu retten das mache ich und das sind die puzzle oder was drei stück absturz stelle so dann legt mal los ihr fleißigen helferlein und seht mal zu oh telefon okay ach warte mal jetzt kann ich mir ein anderes outfit aussuchen hier werkzeugmechaniker sein kleiner kumpel stärkt ihm den rücken und ja hier ist der den wir jetzt schon haben oder nicht ne doch nicht das ist ein lombax auch super aber ich finde den gut ach so warte ich darf den überhaupt auswählen ich dachte ich kann ihn auswählen ne das ist nur eine galerie was haben wir hier okay macht er jetzt irgendwas da ist einer drin jetzt in jedem fall entschuldigung das war nicht meine absicht natürlich mit voller absicht aber was sagen wir die mamme oh damit kann ich sicherlich rumfahren machen wir gleich hier ist das sind diese puzzle ah ne umkleidekabine kann ich noch nicht oder oder wie ist das hier noch baustelle die werden erst durch die puzzleteile freigeschaltet nehme ich an die wir überall gesucht haben hi 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 komm wir schauen uns mal oh warte wir nehmen den flieger dafür dafür ist der ja da ihr könnt hier bleiben leute ach so ich dachte ich kann durch die gegend pesen ähm haben wir nö das ist wie so in einem arcade laden wenn man nur so ein bisschen oh wer bist denn du oh da brauche ich zehn für um den zu aktivieren okay verstehe den können wir noch nicht aktivieren was haben wir hier noch da ist ein puzzlestück das nehme ich gern oh da brauchen wir auch zehn für oh hallo warum kann ich mich hier nicht aufpusten was soll das denn hallo da muss es doch irgendeinen kniff geben könnt ihr mir nicht helfen dass ich da oben hochkomme schade ich darf mich hier nicht aufblasen ditte was haben wir hier die swings oder was das ist eine art ditte kommt natürlich auch nicht rauf ditt 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 d ja gefällt mir die sind hier richtig die jubeln nur die bauen gar nicht wieder auf die sind nur am jubeln so den können wir auch aktivieren das ist jetzt der zweite den wir aktiviert haben ditt 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 aber was ist denn warte ach so da waren wir bei zehn da hinten kommen wir noch nicht rüber das wird sich dann erst irgendwann ergeben o-o-o ah ok was heißt das okay nicht heißt das ich soll nicht schlagen oder was ist das aber das hätte mir auf den kopf fallen können sehr undankbar da komme ich auch nicht rauf so wie ich das jetzt gerade sehe da ist noch ein puzzle stück da oben dann können wir gleich mal die nächste oh geil was war das denn habt ihr gesicht bin da runter geslidet können wir gleich mal die nächste galaxie wahrscheinlich gucken und weitere freunde befreien aber das war ja wichtig dass wir uns das hier mal anguckt haben so wie komme ich jetzt hier wieder raus also okay erst so nächste galaxie wäre dann hier und dann die nächste welt einfach dann ist es eigentlich egal welche nehmen zuerst die oder die andere dann landen wir doch direkt hier ein bisschen aztekenartig ah ja steht da auch aztek hab sehr gut ich will ja durch ist sie noch nicht geöffnet warte welche taste soll ich dabei drücken was ich muss kleines rätsel kleines rätsel darf ich hier blubbern ich darf hier nicht blubbern blubbern ist nur in der anderen welt gewesen die sind schergisch komme ich da oben rauf da muss ja richtig aufmerksam sein dieses scheint es ja dann wirklich viele rätsel zu geben da funktioniert das überhaupt clever warte drehe ich wieder um komm hierher ich bin so auf dir ich lass mich gehauen ja hab ich genau so gemacht da ist unser erster freund oder jetzt stacheln da guck mal tschüss mit dir gib mir all dein gold ist hier noch irgendwas drin jetzt bin ich auch verlockt gegen jeden baum zu schlagen da brauche ich den käfer noch irgendwo anders jetzt frage ich mich natürlich ob ich den da so rüber ne das ist glaube ich zu groß gedacht sandman VR6 vielen dank für den support oh jetzt habe ich hier wieder so ein kleines rätsel vor mir da vibriert es dann so ein bisschen nicht besonders penetrant aber ein bisschen muss man genau aufpassen oh geil Froschmaulhände ah okay das mag ich in jeder Welt scheint es was anderes zu geben ah das macht dir einfach ultra Spaß hahaha okay das ist ja super da sehe ich einen kleinen koala bären oh der will mich mit irgendwas bewerfen Schwein was ist das hier noch oh damit kann ich die abschießen guck oh das ist noch so ein riesiger schleuderhannis da müssen wir mal gucken oh hallo oh guck mal hier Crash Bandicoot oh hallo du auch hier Crash Crash Guck mal hier diese Nüsschen oh das ist ja super hehehe so das haben wir ja noch nicht entdeckt da oben was ist da oben kommen wir da rauf ich überlege ob man auf diese anderen Plattformen eine Chance gibt rauf zu kommen wahrscheinlich muss ich einfach hier weiter so frech ich wollte erstmal hier runter gucken ob da noch irgendwas unten ist so geht weg lass mich in Frieden ok ok was ist denn hier oh erstmal hier rauf ok von hier hat man natürlich auch eine ganz gute Übersicht oh da habe ich noch was vergessen das ändern wir gleich das hätte ich gar nicht gesehen wenn ich nicht hier oben diese erhöhte Positionen eingenommen hätte da diese gelbe Kiste wie ist mir denn die abhandengekommen so ein bisschen hier ui hu oh was jetzt oh Puzzlestück und wie das Wasser hier so zur Seite spratzt das ist ja einfach schön Wasser juhu oh 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 so na matruschka Puppe ey wieso treff ich nicht ui hu 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 huh Da ist noch so eine Wand. Kann die was? Kann die kaputt gehen? Naja, wahrscheinlich nicht. Jetzt sieht man natürlich überall mögliche Geheimnisse. Wenn es einmal etabliert wird, dass es hier so viele gibt. Man will ja nichts verpassen. Man will alles auf 100% machen. Okay, was ist das Geiles? Okay, da kann ich rüberfliegen. Das will ich aber noch nicht. Kann ich noch einmal loslassen, bitte? Ja, danke. Erst mal gucken, was jetzt hier noch ist. Das hat sich doch gelohnt. Hier ist nämlich noch ein Freund. Den hätten wir sonst nämlich verpasst, oder? Wenn ich da verfrüht rüber geflogen wäre. Weiß ich nicht, ob ich noch einmal zurückgekommen wäre. Und, warte. Yes. Autsch. Jo, die haben wir erwischt. Wir müssen jetzt gegen... ... jeden Baum kloppen. Guck mal hier. Da muss ich rauf. Hälfte hier. Oh, oh. Grünen, Mann. Au. Kommst du runter? So. Zwei Botzis fehlen noch. Oh Mann, ich habe Botzis verloren. Aber ich weiß nicht, wie ich da kompensiere. Ich komme nicht mehr zurück. Ich hätte doch nochmal an die Wand gehen müssen, oder? Oder kann ich jetzt sagen, ich will zurück? Aber ich kann doch vielleicht den Letzten noch retten, wenn ich die Welt nochmal starte. Lol. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Die Rücksetzpunkte sind zum Glück sehr gnädig. Und hier endlich mal aufs Blätterdach. So, hallo. Boing. Weg mit euch. Was haben wir da unten noch? Da sind auch so Grünis. Oh. Oh, ist da noch was drauf? Nope. Was ist da hinten? Da ist nichts, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen. Und da ist auch eindeutig ein Johnny-Boy. Ah, hallo. Guck mal, den haben wir auch. So, jetzt fehlt nur einen. Einer noch. Wenn ihr sagt, den habe ich schon verpasst, dann glaube ich euch das natürlich. Zweites Puzzle. Oh, was sind das für Lemuren-Figuren. Oh, was war das? Nein. Ah, ha. Der, der, der. So, erstmal gegen jeden Baum kloppen. Ach, du grüne Neune. Das war alles? Nur ein paar Gegner. Oh. Okay. Hey, hey. Okay, das gefällt mir. No, 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 no. Das war gemein. Ach, hör doch auf. Okay. Hallo. Ach, der zweite ist ausgegraut. Ah, das sehe ich ja jetzt erst. Ja. Yay. Na, den haben wir zumindest geholt. Wäre auch fies gewesen, wenn da nichts außer Gegner hinter gewesen wären. So, hi, Lemuris. Oh, geil. Was ist jetzt? Bosskampf. Oh, zu grün, Mann. Kann man auch in den Offensiv sein, ne? Den haben wir besiegt. Hallo, wertes Pult. Sind das nicht meine... Ach, nee, das sind die Lemuren. Ich dachte schon, das wären die Freunde, die ich suche. Da gibt's Applaus. Da gibt's Applaus. Daddy. Warte. Achso. Und... Let's go. Ja, schade. Einen vergessen. Hm. Wie ist denn das, wenn ich jetzt wieder zurückgehe und den direkt hole? Kann ich dann jederzeit aus dem Level raus? Oder muss ich nochmal spielen und alle holen? Kann ich dann Level verlassen drücken? Ja, ne? Dann mach ich das doch direkt normal. Weil der muss ja recht am Anfang sein auch. Ich vergesse so ungern Freunde. Und ich kann ja wahrscheinlich auch einfach durchrushen. Oder? Muss ich jetzt auch die ganzen... ...kleinen... ...Sachen hier nicht mehr machen. Nämlich mal. Und ich kann ja auch nicht mehr machen. So. Genau, die brauchen wir. So. Tschüss. Oh, das tut mir leid. So. Was ist eigentlich mit euch? Aber die bekomme ich also nochmal. Es lohnt sich auf jeden Fall die Münzen zu sammeln. Wenn man die dann nochmal bekommt. Ah ne, das hatte ich schon. Okay, die ist ausgegraut. Wir dürfen jetzt nur nicht den Fehler machen. Und glauben wir haben schon alles. Warte mal. Ich weiß gar nicht mehr genau. Hier hatten wir dann... War hier der Erste. Der war ja... Müsste ja da drin sein dann. Guck mal, da kriegen wir auch noch die Kohle. Da lasse ich jetzt mal hängen. Haben wir eigentlich schon mal gemacht. Bin ich schon zu weit? Nee. Ich dachte der wäre in dieser Höhle. Nee, 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 nee. Da kommen wir ja her. Nee, wir sind noch nicht zu weit gekommen. Hier dachte ich. Ach, warum habe ich mich denn so dermaßen übertölpeln lassen? Ernsthaft schon zu weit? Ich dachte hier in diesem Raum dachte ich. Ja, ich dachte hier. Hier dachte ich. Ja. 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 Dann steh ich wieder auf. So, guck mal. Das hier doch. Oh, komm. Werden die Wände sich schließen? Was passiert jetzt hier? Okay. So, blöd. Ein Superportal! Das haben wir nämlich eben übersehen. Hä? Ist das was ganz anderes? Verloren... Ich hab ne... Okay, ich hab ne verlorene Galaxie gefunden. Hallo? Ruftikus. Okay. Das war nicht der Grund, weshalb ich nochmal wieder gekommen bin. Aber hey. Geiles Geheimnis. Hilfe, Hilfe! So, hier müssen wir aber genau jetzt aufpassen. Ah, ich hab die Dinger ja nicht! Ich hab die Handschuhe nicht. Was krieg ich hier für Specials? Schleimmann. Oh! Hat er genau zum falschen Zeitpunkt geschleimt. Oh! 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 Ne, Verzeihung. Ah! Aha! Aha! Oh! Der ist böse. Seine Gitarre bleibt bei mir. Oh! Okay, was haben wir hier? Wasser. Oh, hi Freund. Das ist der erste, sehr gut. Ist da oben. Kann ich nichts machen mit dem Rohr hier, oder? Also mit diesem kleinen Leuchtis haben wir irgendeine Rolle hier. Ah, original, die zacken nicht gesehen. Da war ich zu leichtsinnig. Wollen wir mal ein bisschen runter gucken. Hier sind ja sehr viele Geilnisse, ganz offensichtlich. Ist da eine Zwischenstufe oder irgendwas? Ne, ne? Jetzt gucke ich natürlich immer ganz genau hin. Was ist das für ein Tierchen? Der ist ja süß. Fühle ihn aber jetzt nicht ermorden. Okay. Muss man dich vielleicht ermorden? Ne, ne? Ich hab doch... Uuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhh Uuuuuhhhhhh Uuuhhhh Uuuuhhh 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 So, Schweine. So, was ist der Hauptweg? Eins ist der Hauptweg, eins ist der Nebenweg. Kommst du runter, oder? Ja, das war der Zweite, das heißt, wir haben noch keinen verpasst. Immer nochmal zurückgucken, können immer noch Geheimnisse sein. Das hier ist aber nicht. Boah, was haben wir da hinten? Ist da irgendeine Öffnung? Aber was passiert, wenn ich mich hier in der Mitte mal hoch transportieren lasse? Nix, ne? Oder? Warte mal, ich will mich umdrehen. Aber ich kann mich nicht mehr umdrehen. Ich hätte gedacht, vielleicht kann man... Das scheint mir nicht so zu sein, schade. Oh, der blitzt mich an. Was macht der denn das? Oh, das ist ja total gemein. Was soll das denn? Das gesehen. Frech. Okay, Puzzle haben wir gefunden. Und ein Freund. Na gut, wir sind noch auf Kurs. Wir sind noch zwei. Hier ist irgendwas im Busch. Oh, wie dieses Laub so auf... Das ist ja fantastisch. Da, da, das ist der Nächste. Ey! Oh! Einmal haben wir noch. Oh. Ha, Puzzleteil haben wir auch. Sehr gut. ... Du, du, du Dه Auß, ey Nee 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 nee, da fehlt noch'n Johnny Yay, alle Freunde gefunden. Das ist doch toll. Haben wir gut gemacht. In den Astrobot-Spielen steckt echt viel Liebe drin. Das sieht man recht selten bei so großen Produktionen. Ähnlich wie bei Mario, sagt Tears of Madness. Ja, da geh ich mit. Ach so. Das wäre ganz lustig, wenn das am Ende noch so ein Glücksspiel wäre. Dass man noch, wie früher wie bei Mario, diese drehende Box mit Pilzstern und Blume. Dass man da noch irgendwie Items kriegen könnte. So. Ja, das war ja einfach überhaupt nicht das, was ich wollte, lustigerweise. Ich wollte ja hier den letzten Freund noch holen. Der fehlt mir. Pippipp. Oh. Und jetzt? Hallo? Hi. Sind wir jetzt Freunde? Kommt der jetzt immer mit mir mit? Das ist ja nice. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich den diesmal erwische. Wie kann der denn sein? So. Vielleicht ist er sehr viel früher, als ich dachte da. Der muss dann ja ganz am Anfang sein. Also nach dem ersten direkt. Darf man sagen, wovor der ist, der Typ? Ja, also wenn das jetzt... Wenn ich sonst nicht drauf komme, darfst du gerne sagen. Aber sehr nett, dass du fragst. Jetzt krieg ich meine Handschuhe hier. Wo ist der Typ? Ich darf jetzt nicht schon wieder zu weit laufen. Er muss ja schon hier in der Nähe sein. Da komme ich ja nicht drauf. So, hier irgendwo in der Nähe muss der sein. Oh, der zeigt hier was an. Ah. Haha. Der zeigt mir an, wenn was Geiles ist. Das ist ja richtig gut. Oh, du schlauer, kleiner Vogel. Du schlauer, kleiner Vogel. Das ist ja fantastisch. Den hätte ich direkt mitnehmen müssen. Beim ersten Mal schon. Okay, wie komme ich da jetzt raus? Planeten verlassen. Müsst du ja reichen, oder? Dann behalte ich die doch, oder? Aber ich muss die nicht abliefern, ne? Ah, ne, die werden automatisch. Sehr gut. Jetzt haben wir aber schon 19. Da waren ja diverse von diesen Stationen, wo man so 10 von brauchte. Ich weiß gar nicht, ob ich da... Ob mich das... Also, ob das lohnt, da jetzt hinzugehen und diese Dinger zu aktivieren. Machen wir erst mal den... Das Konstruktions-Karacho. Huch. Muss ich ausweichen? Oh, warte, da sind Dinger. Ey, nochmal, ey. Ich habe nicht aufgepasst. Das ist gemein gewesen. Ich wusste nicht, dass das jetzt direkt losgeht. Warte. Das war ja neu. Das machen wir direkt nochmal. Den haben wir. So, jetzt. Dör, 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 dör. Nein, die die dieit. Das ist ja super. Entschuldigung. Entschuldigung. Wird ich die hauen? Nee. Jeder Planet sieht ganz anders aus. Ich will wieder so einen Vogel haben. Der mir alles zeigt. Wow, 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 wow. Oh, Riesenaffe. Loll. Ich bin gespannt, was ich hier für eine super Kraft kriege. Ich bin gespannt, was ich hier für eine super Kraft kriege. Ah, hier kann ich rauf. Okay. Frage ist, komme ich da hinten zu dem Typ? Oh ja. Muss ja anhand der Münzen sieht man das ja auch. Das ist gar nicht anders. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ja. Ihr habt hier meine Freunde versteckt. Boah, das war knapp. Da hängt einer. Jetzt komme ich von hier noch wo hin, wo ich sonst nicht hinkomme. Nö. Düt, 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 düt. So, wer... Oh. Oh, du willst Ärger. Entschuldigung, ich muss meine Wut rauslassen. So. Den haben wir. Oh, die Tauben hier. Guck. Hast du das jetzt hier mit auf sich? Oh, okay. Nicht fallen. So. Schön, die Bracke hier. Ja, und da haben wir ihn. Bot gerettet. Bot gerettet. Gibt es da noch irgendwas da oben? Sehe ich da eine Münze oder so? Da komme ich ja nicht hoch. Oh, das ist ja nice. Kann man so reinzeichnen. Hehe. Ah, das ist schon echt toll. Oh, geil. Ah, warte, was jetzt? Haha. Das ist ja toll. Ich werde... Ja, mir wird applaudiert. Das ist ja... Dankeschön. Hätte ich mal Anerkennung. Ich schaue mir mal einmal oben hin, ne? So, Dark. Oh. Oho. Eins dieser Rätsel. Immer auf den Kran rauf. Und eine weitere Münze. Oh, warte mal. Kann ich auf den rauf? Kommt der nochmal wieder? Da. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Okay. Eins. Zwei. Drei. Oh, da muss ich vielleicht auf das... Gar nicht von hier, sondern von dem Kabel aus. Vielleicht, wenn ich den haue oder so. Aber vielleicht ist das auch Quatsch, aber... Nee, ich glaube, da komme ich nicht rauf. Schade. Beep, beep, beep. Oh. Das wäre schon lustig, mit dem durch die Gegend zu fliegen, aber... Das sah mir so aus, als wenn das gar keine Kollisionsabfrage richtig gibt mit dem Typ. Das wäre natürlich Hammer, ne? Aber ich glaube, es geht nicht. So. Da muss auch noch irgendwas... Der hängt da so drauf. Kann man den noch runterschießen? Oh, jetzt würde ich gerne wissen... Nee, nee, nee. Mit der Kugel kann ich bestimmt nichts machen. Oh, jetzt haben wir... Aha, was ist denn das jetzt? Oh, oh. Nice. Da können wir auf jeden Fall große Distanzen überbrücken. Kann ich jetzt nochmal zurück? Irgendwas, wo ich vorher nicht hinkam, ey, ne? So. Ja, 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 ja. Warte mal, spiel. Oh, Basketbälle. Oh, Basketbälle. Nice. So, da muss ich 100% gegenfliegen. Das machen wir aber später erst. Erstmal... Ah, warte mal, da ist ein Korb. Komm, da muss es doch irgendwas geben, wenn ich durchtreffe. Oh, ernsthaft? Nice. Geht das nur einmal? Hm. Das muss ich ausprobieren, ob es zweimal geht. Oh. Oh, 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 okay. Vielleicht geht es sogar noch ein drittes Mal. Genau, justieren. Jetzt gibt es immer nur einen dann, ne? Ja, immer nur eine Münze. Das ist ein richtiger Münz-Sheet. Für Leute, die richtig Bock haben, Zeit zu investieren. Ey, ich meine, ich trau dem Spiel zu, wenn man zehnmal trifft, dass dann was passiert, ne? Man kann das sehr auf die Spitze treiben. Wer weiß, wer ist es eins dieser Spiele? Man weiß es nicht. Vielleicht lohnt es sich. Ich glaube aber nicht. Auf der anderen Seite... Naja, komm. Wollen wir es mal nicht. Aber das erinnert mich so ein bisschen an die Elden Ring-Folge, als ich mich entschlossen hatte. Oh, oh, dumm. Dummheit. Was ist jetzt nochmal machen? Ja. Okay, schade. Dann haben wir genug Magneten hier. Also genug Kanister für die Magneten. Dann bannen wir da mal gegen. Das müsste reichen. Oh, shit. Kann ich das in der Luft machen? Warte mal. Ja. Dann geht das. Tut, 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 tut. Gut. Zweites Puzzleteil. Komm ich da rauf? Ne, ne? Nope. So, dann dürfte da oben ja auch nochmal eine Münze sein. Mit dem Kran hier. Super. Können wir von hier noch irgendwo anders hin? Ne. Oh, warte. Was ist da oben? Oh, schade. Aha, schaut mal hier. Da oben ist der Freund. Alles klar. Hi, Kumpel. Das ist der dritte. Like this, genau. Vielleicht, wenn ich, was passiert denn, wenn ich selber da durchspringe? Oh no, fast. Oh, das probiere ich auf jeden Fall nochmal aus. Vielleicht ist das ja einfach nur ein Hinweis gewesen, dass man selber da durchspringen muss. Wäre das nicht lustig? Nein, 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 nein. Ich probiere das in jedem Fall. Und wenn es hundertmal dauert. Das will ich jetzt wissen. Nö, schade. Da geht's weiter. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Bebebebebebe. Rücksetzpunkte sind ja wirklich gnädig. Wer bist denn du? Immer Ausschau halten. Nach optionalen Möglichkeiten. Oh nein, der hat nur meinen Freund ab. Oh, gefährlich. Was ist jetzt die Idee? Den haben wir auch. Vier von sieben. Oh. Ah, hier ist noch so ein Zieding. Was ist hier? Aha. Ist das optional? Da war das andere war ein Totenkopf. Ich hätte vielleicht nochmal eine Runde warten sollen, ob da noch was Geileres bei rausgekommen wäre. Naja, was wir haben, wer haben wir, ne? Ich könnte mich vermutlich von hier auch richtig, guck mal, warte mal, ist da hinten was? Oh, was passiert, wenn ich jetzt mit Anlauf dagegen dashe und nicht nach oben gehe? Okay. Okay. Auf Wiedersehen. So. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Aber die Frage ist, was ist, was daran ist das Optionale jetzt? Also da muss ich ja gleich auf jeden Fall noch runter. Nein, 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 nein. Tschüss. Tschüss. Da ist noch ein Freund oben. Ach, come on. Und, oh, siehst du, guck mal, da haben wir nämlich einen vergessen. Aber das kann ja sein, dass der noch in dem optionalen Gebiet ist. Was ist da unten noch? Oh, ist einfach nur das Gefährt. So, jetzt muss ich, äh, ist das Ding noch, oh nein, das ist ja super mies. Muss ich nämlich das nochmal machen. Also da, das scheint mir dann das Optionale zu sein, das Tor da. Sonst haben wir einen irgendwo vergessen. Oh, oh, oh. Tut, 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 tut. Ich geh mir erstmal hier rein. Ah, da ist er, siehste. Juhu. Oh, geil. Jetzt kann ich hier irgendwie ballern. Wenn die Stufen sichtbar. Okay, das ist lustig. Ihn tauche ich auch ein. Okay. Ach so, warte, sind die, ah, okay, das ist nur. Komm mal, Parappa the Rapper. Yay. Ja, gut. Was haben wir hier noch? Oh. Was ist das? Das ist ja süß. Die kacken mich voll. Und er muss die Taubenkacke wegmachen. Ist das ne, äh, welches Spiel ist das ne Reminiscenz? Oh. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. ganz schön langes leveln hoffe ich vergesse hier nichts relevantes so der herr so der hung uns hier natürlich noch den goldenen stern der auf jedem kran auf uns wartet da ist was optionales da geht es weiter aha aha Nein! Oh, das war ja super mies. Ach. Das war ja blöd. Alles nochmal. Das war Pech. Jetzt bin ich genau unter seiner Platte da gelandet. Das war unaufmerksam. Das ist immer so, beim zweiten Mal fehlt einem die Konzentration. Und dann denkt man, ich mach das mal eben schnell und dann macht man die Fehler. So, jetzt bitte aber vernünftig. Vernünftig. Oh, hm, was war das denn? Wieso? Okay... Oh, warte mal, da seh ich doch was, ne? Die Taste willst du, dass ich drücke? Ne... Ja, und jetzt? Ach, X! Ach, so, okay... Da ist das Puzzlestück! Alle drei Puzzlestücke! Prima, prima! Be-be-be-de! War auch nicht nochmal, ne? So, eigentlich wollte ich nochmal nach da oben, da fehlen jetzt... Okay, da fehlen zwei Münzen, oder? Glaub ich? Große haben wir in jedem Fall, ist glaube ich zu Verschmerzen. Hier sind noch die... Da, die beiden Münzen fehlen noch. Ich glaube, die sind zu Verschmerzen. Oder gibt's irgendein Achievement, wenn ich die alle hole? So, jetzt geht's da lang. Da ist optional. Ich bin einfach... Nein, ich depp! Nein! Nein! Ach... Nein, die Dinger sind nicht mehr da! Nein, 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 nein! Wie dumm! Oh, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Ich bin einfach aus Versehen falsch gelaufen. Das war gerade ein kompletter, einfach kurz... ganz kurzer Denkfehler. Jetzt komm ich da nicht mehr zurück. Oh, Mann! Ah, das ärgert mich massiv! Ah... Nein! Ich... Da gibt's keine Chance für mich. Oh, es ist gerade einfach massiv ärgerlich. Das war einfach komplett aus Versehen. Jetzt häng ich hier. Ich befürchte, ich muss mich mit dem Schicksal anfreunden. Dass ich da nicht mehr rüberkomme. Nein! Gibt's irgendeine Chance nochmal von einer höher gelegenen Stelle? Nein! Naja, ich wollte ja nochmal zurück und nicht das wieder kaputt machen. Ich dachte, vielleicht komm ich nochmal hier auf die Ebene oder so. Fuck. Ist das irgendeine Chance? Ne. Ah! Na gut, dann let's go. Nehm ich. Ach! Yay! Party ist natürlich gut, aber einer fehlt. Ärgerlich! Das ist ärgerlich! Oh, guck mal, wir haben hier was freigeschaltet. Wir haben jetzt hier nämlich 20 Johnny-Boys. Können wir easy aufmachen. Oh, die kommen jetzt. Und gehen wieder zurück nach Hause. Der ärgert der sich. Ja, das müssen wir natürlich nochmal. Wir können niemanden zurücklassen. Ist ja ganz klar. Massiv ärgerlich. Der letzte. Durch eine ganz dumme Aktion. Da kann man sich superschnell durchrushen. Ähm. Das Spiel ist so cool. Hat sich locker in meine Top 5 dieses Jahr gegroovt. Und ich mag eigentlich keine Plattformer, ja. Wollen wir noch ein Level machen? Oder habt ihr Lust auf was anderes? Weiter, weiter, ja. Ähm. Pass auf, wir ignorieren mal den einen. Und gucken uns das andere an. Weil ich den einen, wenn wir den brauchen, hole ich ihn mir schon. Ahahahahaha. So komm, das machen wir auf jeden Fall noch. Dann haben wir noch, ähm, Age of Mythology und Thalassa. Ah, haben wir noch. Oh, oh. Äh, ach na. Muss ich immer dran gewöhnen, dass man dann die Fähigkeit aus dem letzten Level nicht mehr hat. Was, ich bin doch hier gedödelt. Der Herr. Ich mag auch, dass dieser Raster-Fari-Elektro-Boy da, äh, so die, die jamaikanischen Farben hat. Oder? Na, ja, wohl hat er doch, hat er, oder? Nee, schwarz hat er nicht, oder? Oder hat er schwarz? Ach, schwarz hat er auch. Ey, was ist denn hier jetzt hier los? So. Ich wollte es eigentlich dagegen. So. Lopp. Oh, den Hundemann haben wir wieder. Okay. Ahah. Da war ich zu gierig. Ah, die anderen sind mit ihm. Gegangen. Nicht gut. Was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr. Ohohohohohohoho. So. Kann doch nicht sein. Hier muss doch irgendwas... Ohohohohoho. Kann doch nicht sein, hier muss doch irgendwas... Keine Geheimnisse hier. Da auch nicht. Ohohohohohoho. So, und was ist mit euch, Affis? Hier auch nix. Da auch nix. Keine Geheimnisse weit um... Ah, da oben drauf auch nicht. So, was ist hier? In kleinen Gärten. Sieht schön aus, ne? Oh, warte. Hey, seh ich nix. Was ist hier? Ich hab auch nichts. Aber Vorsicht, ich hab ja alles gegen Kloppen. So, was jetzt hier? Kommt irgendwas runter, oder? Der Mann schon wieder. Haben wir uns nicht grad schon mal gesehen? Mighty Chewie. Okay. Was genau, äh, ah ja. Okay, danke, nehm ich. Da war ich jetzt. Los, let's go. Gib mir deine. Oh, da hätt ich ihm sein Gesicht springen können. Ist ja nicht sauer, dass ich seine kleinen Freunde alle putt mache. Die, 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 die. Man, ich bin noch hier. Nein, 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 nein. Den hab ich geröstet. Einspruch. Die Röstung war aktiviert. Da bin ich ihm in die Zunge reingejumpt, hat mich grad nicht interessiert, schade. So. Jetzt sehen wir uns, mein Freund. Komm zu mir. Bäh. Muss ich ihm sein Gesicht hauen? Bananen, oh. Nein, ich bin noch ... Ich weiß, was du willst. Autsch, auf deinen Kopf. Mist, das wär ein optionaler Dings gewesen, oder? Kann das sein, dass ich da einen geholt hätte? Oh, ist ja echt schade. Ne, okay. Das ist einfach mal ne Spielmechanik. Auf den Kopf. Er ist richtig sauer. Er hat schon zwei Kippe da oben. Was machst du jetzt? Au. Ey. Voll gemein. Ey. Okay. Ungar. Ich schneide zehn im Arsch. Okay. Nö, nö, nö. Nein, ich bin geflogen wie ein Champion. So. Ja, das ist sehr gnädige Rücksetzpunkte. Tschüss. Unser Feuerwerk. Die Stadt freut sich. Endlich ist er Geschichte. Guck mal, ist das nicht schön? Die ganze Stadt bedankt sich bei uns. Und wir kriegen Bananen. Fang ihn, fang ihn, fang ihn. Stopp. Oh, wir sind gute Freunde. Wir arbeiten gut zusammen. Let's go. Das ist nice. Das macht Spaß. Wo war's jetzt? Ne. Was ist er denn hier? Den da. Wer ist er? Puzzleteil. Ah. Hier. Guck. Oh. Oh, ne neue optionale Welt. Oh, ist das schön. Guck mal hier Leute. Retrorandale. Hallo, wie geil ist das denn bitte? Haben wir auch noch die Retrorandale. Also. Komm, die gucken wir uns noch an. Retrorandale klingt geil. Das ist ja nice. Oh, ist das geil. Ist das hier Ken oder was? Streetfighter oder was war das? Hallo? Rio war das? Okay. Rio war das? Rio nicht. Okay. Hammer. Also. Leute. Ich kann verstehen, warum die Leute das so feiern. das macht mega Spaß. Super viele Ideen. Total liebevoll gemacht. Das sieht total cool aus. Diese ganzen kleinen Details, das Gras, was sich im Winde bewegt. Ähm. Es ist die ganze Zeit ein sehr angenehmes Pacing. Es ist nicht zu schwierig. Die Rücksetzpunkte sind sehr spielerfreundlich angelegt, sodass auch kein Frust aufkommt. Das einzige, jetzt habe ich gerade mal eben so einen verpasst, aber ich weiß auch, okay, ich kann den auch zur Not noch wiederholen. Ganz viele Anspielungen so auf die Videospielgeschichte. Es ist wirklich ein gutes Spiel bisher. Es wird natürlich noch sehr, sehr viel mehr Welten geben und viel mehr zu entdecken. Aber mein erster Eindruck jetzt so nach gut anderthalb Stunden ist wirklich ein sehr, sehr positiver, tolles Spiel für die ganze Familie. Kann man auch mit dem Nachwuchs, glaube ich, ganz gut spielen. Doch, das gefällt mir. Das werde ich weiter zocken. Vielen Dank fürs Zusehen. Mich freut natürlich eure Einschätzung. Was sagt ihr zu Astrobot? Wird es dem Hype gerecht? Kauft ihr euch das Spiel? Kauft ihr euch eine Playstation für das Spiel? Schreibt es mir in die Comments. Ciao Leute.